Hallo, mein Name ist Henning Olesen und ich bin unter anderem Dozent an der Parathesis-Schule. Und ich begrüße Sie recht herzlich hier bei meinem Trailer zum Thema Face-Coaching. Microexpressions. Was zuckt da, was sagst du nicht? Können Sie sich vorstellen, wie ich mich jetzt gerade fühle? Bin ich verärgert oder freue ich mich? Das ist ein Punkt, was Sie in meinem Seminar lernen. Teil 1 basiert darauf, dass Sie die 43 Muskelgruppen im Gesicht lernen zu fühlen, zu benutzen und zu deuten. Im zweiten Teil geht es um die Emotionen, weil jeder Muskel und jede Kombination hat eine eindeutige Emotionszuordnung. Dank Paul Eggman. Im dritten Teil erfahren wir mehr zum Thema Haltung. Unsere Haltung findet hier vorne statt. Kognition und Emotion. Und genau darum geht es. Körpersprache, Signale des Körpers, Emotionspsychologie, Antlitzdiagnostik. Und alles nutzen wir, um hier vorne unsere Haltung nachhaltig anzupassen, zu verändern. Und somit besser auf unsere Probleme und Themen eingehen zu können. Dabei ist mir wichtig, dass Sie nicht nur über andere Menschen mehr erfahren, sondern ganz viel über sich. Wie zucke ich? Was passiert bei mir? Welche Emotionsmuster laufen bei mir ab? Wie verhalte ich mich in gewissen Situationen? Weil auch das wirkt auf Ihren Klienten. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ist es auch was für mich? Genau, es ist auch was für Sie. Es ist etwas für Menschen, die mit Menschen arbeiten oder in Menschen in Kontakt sind. Und dazu zählen Coaches, Therapeuten, Ärzte und Sicherheitsbeamte. Und auch Eltern. Auch Sie können dieses Wissen einsetzen, um tieferen Kontakt zu Ihren Mitmenschen, zu Ihren Kindern, zu der Familie und zu Freunden und Bekannten zu haben. Wissen Sie, was ich mich gerade frage? Warum sollen Sie das Seminar bei mir machen? Und nun mal angenommen, es würde jemand vorne stehen, der über zwölf Jahre Erfahrung mitbringt. Erfahrung im Bereich Coaching, Kinesiologie, Hypnose und vieles, vieles mehr. und alles konzentriert in einen Punkt zusammengefügt hat, zum Face Coaching. Microexpressions, Körpersprache, alles das benutze ich jeden Tag. Ich genieße es. Und ob ich die Polizei berate im Bereich der Verhöre oder den Justizbeamten, den Anwalt oder den Coach. Jedes Mal geht es darum, ich sehe dich. Und deshalb würde ich mich freuen, Sie in meinem Seminar begrüßen zu dürfen. Denn was sagst du nicht? Was zuckt denn da? Ja. 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 Ja.